Hallo, Servus bei Monaco Dürx. Schön, dass du da draufgeklickt hast. Ich bin im Gambino Hotel in München, Zimmer 306. Aber nochmal zu Anfang, erstmal ein Runde durchs Hotel, dann zeige ich euch das Zimmer, dann treffe ich den General Manager, der wird uns ein paar Fragen beantworten und am Ende vom Video, da zeige ich euch wie immer mein Fazit. Ich habe St. Carsten neben mir, dem GM des Hauses, und der erzählt uns jetzt, was das Haus so besonders macht. Ja, hi. Unser Haus macht sehr besonders, dass wir uns einfach aufs Schlafen konzentrieren. Also der Gast soll am Abend einchecken, sich im Zimmer wohlfühlen und dann am Morgen aufstehen und einfach fit für den Tag sein. Und einfach sagen, er hat sehr, sehr gut geschlafen. Jetzt haben wir aber schon in meiner Roomtour sozusagen gesehen, dass das Zimmer ja mehr als Standard ist. Also wirklich sehr modern, sehr hochwertig. Wie kommt dann dieser Kontrast zusammen? Dieses doch minimalistische, aber doch auch wieder hochwertige. Wir wollten einfach auf sehr kleinem Raum, der zur Verfügung steht, hochwertige Materialien verwenden, wo der Gast sich einfach auch wohlfühlt. Und auch speziell ist es sehr geradlinig, sehr ruhig, das Zimmer. Also da passiert nicht viel, sodass ich wirklich auch entspannen kann. Du hast mir gerade erzählt, dass ihr euch tatsächlich auf Schlafen konzentrierst. Was genau stelle ich mir denn darunter vor? Weil Schlafen kann ich ja in jedem Hotel. Ja, aber nicht so wie bei uns. Wir haben sehr spezielle Betten, wir haben da viel Geld investiert. Es ist so, wir haben gesagt, wir haben keine Gastronomie, wir haben kein Restaurant, keine Bar, kein Frühstück. Und deshalb lädt das Bett, und das wirst du später auch merken, dass wenn man reinkommt in das Zimmer, lädt das Bett einfach ein, sich sofort reinzulegen und sich da wohlzufühlen. Aber verhungern und verduschen muss ich bei euch nicht, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Dafür haben wir einen Fuji-Automaten bei uns in der Lobby stehen, der dich mit einem Bierchen mal oder auch den Snacks, den üblichen, einfach versorgen kann. Es gibt einen Bäcker gleich nebenan für die Gäste zum Frühstücken, wo einfach jeder sich auch individuell sein Frühstück raussuchen kann. Ja, der nur einen Croissant und einen Kaffee möchte, kriegt einen Croissant und einen Kaffee. Und der ein großes Frühstück vor seinem Städtetrip machen will, der kann auch das da haben. Nebendran ist auch ein Vinzenz-Mur und ein riesen Hitmarkt, auch mit einem neuen Konzept, was einfach auch sehr gut zu uns passt. Guten Morgen! Am nächsten Morgen bin ich euch natürlich noch ein Feedback schuldig. Und es ist ein sehr stylisches, modernes Haus. Ihr habt es gesehen. Jung und dynamisch geführt. Es ist alles da, was man braucht, aber auch nicht mehr. Also, wie soll ich jetzt sagen? Ihr wisst, ich verreise gerne und auch manchmal in 5 Sterne, 4 Sterne Plus Hotels, Spa-Hotels. Und mir fehlt hier natürlich ein bisschen was. Aber das darf man auch nicht vergleichen, denn wo kann ich in München in einem modernen, stylischen Hotel für 80 Euro die Nacht schlafen? Also, circa. Das gibt es schon ab 69 Euro und ein bisschen drüber. Jetzt kommt immer darauf an, was in München los ist. Ihr kennt das ja. Dann noch auch die S-Bahn-Haltestelle vor der Tür. Das bedeutet, ich bin in 10 Minuten von einem Hotel am Marienplatz, am Oktoberfest, also überall da, wo ich hin will. Perfekt, also wirklich. Und das in einem modernen, stylischen Haus. Alles, was du anfasst, das ist nicht billig oder überklebt oder was. Und das ist alles mega hochwertige Materialien. Da hat sich jemand was dabei gedacht. Also, für all die es modern und trendy haben wollen und günstig in München, hier seid ihr richtig. Schaut in die Infobox. Ich verlinke euch das Hotel. Vielleicht ist es was für euren nächsten Besuch in München. Und mich würde es freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Deswegen lass einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und hier oben habe ich ein Video, was dir gefallen könnte. Also, klick mal drauf. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.